Hallo, herzlich willkommen zu meiner Montagslage. Ja, diese Woche ist es soweit. Am 22. und 23. September findet das Landtagsplenum statt. Und zwar genau dort im frisch sanierten und restaurierten Deutschhaus, unserem Landtag. Nach fast sechs Jahren Renovierung kehren wir zurück in den wunderbaren Plenarsaal und werden dort unsere Plenarsitzung wieder abhalten, debattieren, diskutieren. Und ihr könnt live dabei sein im Stream über landtag.rlp.de. Und die ganze Anlage lohnt sich sicherlich auch mal besuchen zu kommen. Wenn ihr Interesse habt an einem Besuch in Mainz und den Landtag einmal in seiner neuen Pracht besichtigen wollt, auch dieses wunderbare Kunstwerk, dann meldet euch einfach in meinem Bürgerbüro unter post.betzing-lichtentäler.de. Ja, der Rest dieser Woche ist natürlich jetzt noch mal richtig Endspurt angesagt für die Bundestagswahl. Gestern noch mal das Triell mit einem souveränen Olaf Scholz. Und jetzt heißt es noch mal bis nächsten Sonntag weiter klinken, putzen, an die Infostände, raus zu den Leuten, mit den Menschen ins Gespräch kommen und sie von unserer Politik, der Sozialdemokratischen Partei, zu überzeugen. Lasst uns die Ärmel hochkrempeln bis zum letzten Tag und dann auf den 26. September, 18 Uhr, die ersten Hochrechnungen freuen. In diesem Sinne, seid alle mit dabei, verfolgt meine Woche hier in der Montagslage und habt eine gute Zeit.